Übrigens, wer von euch auch Lust bekommen hat und so singen möchte, so A Cappella, aber den Aufwand scheut mit der Bühne, den vier Mikrofonen, der Anlage, es geht auch ganz ohne, wir machen euch das mal vor, und zwar, ach ja, genau, und zwar mit nur einem Mikrofon, das ist aber ganz leise und billig ist, das haben wir im Gegensatz zu den anderen bei Thomann bestellt, auf der Schnäppchen-Seite, wir gehen ein bisschen weg, und wenn ihr jetzt ganz leise seid, dann könnt ihr uns trotzdem noch hören, das ist ein Klassiker von Del Helis Comics, da könnt ihr mal sehen, wie einfach das geht, wir können ein bisschen mitsingen, aber nur im Geiste, sonst hört ihr uns nicht mehr, ja? Das ist ein Klassiker, das ist ein Klassiker, das ist ein Klassiker. Das ist ein Klassiker, das ist ein Klassiker. Das ist ein Klassiker, das ist ein Klassiker. Das ist ein Klassiker, 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 das ist ein K